Willkommen in Peking. Kommt mir vor wie eine Abenteuerreise in ein neues Leben. In einem neuen Land. Ein Leben, das er niemals wollte. Ich will wieder nach Hause. Das ist dein Zuhause. Ein Ort, an dem man nicht willkommen war. Guckt ihn euch an. Karate Kid. Ein Lehrer, wie er ihn nie erwartete. Ich dachte, sie sind bloß ein Hausmeister. Cool. Die gute Nachricht ist, sie werden dich in Ruhe lassen, solange du dich vorbereitest. Vorbereiten? Auf ein Turnier. Die schlechte Nachricht ist also, dass sie mich öffentlich verprügeln. Ich zeige dir richtiges Kung-Fu. Häng deine Jacke auf. Zieh sie an. Zieh sie aus. Hab ich doch gerade... Jacke aus. Sei stark. Heb deine Jacke auf. Konzentrier dich. Ich hab's kapiert. Sie sind Yoda und ich bin ein Jedi. Mr. Han? Konzentrier dich auf deine Konzentration. Von Columbia Pictures. Kung-Fu lebt in allem, was wir tun. Es lebt darin, wie wir eine Jacke anziehen. Darin, wie wir andere Menschen behandeln. Alles ist Kung-Fu. In diesem Jahr wird deine Legende... Strike! Härter! ...wiedergeboren. Ich will keine Angst mehr haben. Das Leben wirft uns zu Boden. Aber wir entscheiden, ob wir wieder aufstehen. Ich bin soweit. Rock'n'Roll. 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 Die kennen die Regeln nicht? Die sind leicht. Schlag ihn und lass dich nicht von ihm schlagen. Was?! Vergiss nie! Sei immer stark! Untertitelung des ZDF, 2020